Am 15. September 2012 startete das 11. Konzert der Stadtwerke Remscheid. Gibt es jedes Jahr. Man bedankt sich bei den Kunden für die Treue. Die Wagenhalle wurde zu einer Konzerthalle umfunktioniert. Rappelsvoll, wie Sie sehen. Wenn Sie mal so richtig hören wollen, was es da gab für ein Konzert, dann müssen Sie bei uns vorbeischauen. Bei dem Remscheider Fernsehen Tele-DMW zu erreichen über www.tele-dmw.de Und dann gehen Sie einfach auf Remscheid und schauen die Wocheninfo, Ausgabe 138. Direkt nach den Nachrichten hören Sie dann, wie das Bergische Symphonieorchester sich bemüht hat, die Titelmelodie von Star Trek nachzuspielen. Jedenfalls ähnelte die so. Es gab natürlich auch eine Begrüßungsrede. Wenn Sie die hören wollen, schauen Sie doch bei uns vorbei, beim Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Wocheninfo Nummer 138 ankriegen und auf den Film der Woche nach den Nachrichten warten. Dann kommt hier die Rede von diesem netten Herrn. Sie werden auch rauskriegen, was es hier umsonst zu essen oder zu trinken gab. Und Sie werden hören, wie schön diese junge Frau singen kann. Also, Remscheider Fernsehen einschalten, www.tele-dmw.de Ich sag mal einfach, bis gleich! Applaus 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 Vielen Dank.